so leute ja wir haben auch neue aufträge ziri und jennifer kreativ maps die man hier abkabrieren muss erfülle das eliminierungs ziel in jennifers schlachtfeld die insel nicht auswählen da gibt es eine schließliche parkourstrecke zeres ausweg ab es gibt zwei im modikons ok geht klar hat man alle geschafft kriegt man dann noch ein banner von ziri ich kann mir gut vorstellen dass dann noch mehrere kommen und skins also meine vermutung nach ist dass es tschüss marygold und wesimir noch reinkommen was noch posibel wäre vielleicht er den falls ihr das kennt der witcher 3 da kommt